Hey ho Leute, ich muss euch bekannt geben, dass Plutch for Racing 2 das neue Spiel wird ab dem März wieder starten und dass wir doch rauskommen ab dem März. So, mehr muss ich gar nicht mehr labern, dann sehen wir uns ab März zu der ersten Folge von Plutch for Racing 2. Dann bis zum nächsten Mal. So Leute.